Ja, wir sind erstmal zu schwer. Junk Food. Frische Karotte. Blutpaket, nämlich mir auch. Ja, leider sind wir immer noch verkrüppelt. Ah, aber besser. Wahrscheinlich sind wir auch deshalb so ewig langsam. Klar, meine Beine sind verkrüppelt. Wir laufen jetzt hier voll durch. Ja, wie kleine scheiß Viecher. Moment, die nehmen Schaden. Ha, ich hab einen erwischt. Seine Schere ist durchgeflogen. Ha, wie lustig. Lebt nur mehr einer. Kann ich da durch? Nein. Ah, ich lass das mal zu. Oh, da ist noch eine Mine. Also das Haus ist ja mal richtig vermied. Ah, und da ist auch ein Gewehr. Ah, 45. Woher krieg ich jetzt 45? Hm. Ein paar Minuten. Ähm. Verschlossen. Sehr leicht. Ja, wenn ich das nicht schaffe. Doch, geht natürlich. Ah, es ist nichts drin. Sehr, sehr sinnvoll. Truhe leer, leer, Schrank leicht verschlossen. Ach, geht auf. Auch nichts drin. Wann mach ich das überhaupt? Willkommen zurück. Ja, da legen wir uns mal ein bisschen. Feinde. Ach man, ich möchte schneller laufen. Moment mal. Wer hat die Frei... Scheiße. Habe ich das durch meine Aktion? Das war's. Wirklich. Den habe ich getötet vorhin. Okay. War das das Ding? Nein, ich glaube es. Ah, stimmt. Durch das habe ich die jetzt freigelassen. Aber den hatte ich ja vorhin schon erwischt. Ich kann nicht mal mehr hüpfen. Leer, leer. Leider geht's nicht schneller. Ah, ich kann ja nicht drüber hüpfen. Ah. Leicht. Sehr leicht. Granatengewehr. 44 Millimeter Granate. Sechs Stück. Patriotenkochbuch. Okay. Da können wir uns dann Sprengstoff kochen. Ja, hier ist es so. Man kann Sprengstoff kochen. Ah, wir hauen ihm sein Stachel mal weg. Okay. Ja, ich bin überlastet. Mich würde es interessieren, ob ich irgendwas da lassen kann. Ich glaube schon, wenn ich hier den Schrank öffne, könnte ich da irgendwas reinlegen. Was lege ich dann weg? Irgendwas total Sinnloses. Erstmal erpüriere ich ein paar Waffen. Gegenstände, Waffen. Oh, ich bin 8 über dem Zulässigen. Ich möchte ja auch nur reparieren. Geht nicht, schade. Ähm. Ähm. Es sind halt beide voll, aber ich möchte hier nicht weggeben. Ähm. Splitterminen. Ja, also ich muss irgendwas zu mir nehmen. Essen. Oder kann ich Kleidung zusammenfassen? Lederrüstung. Okay. Jetzt bin ich wieder so, dass ich laufen kann. Dann lasse ich das alles. Ich könnte die Rüstung an... Ah. Ne, ich möchte nicht so gekleidet sein. Metallrüstung. Sonst bin ich wieder in irgendeiner Gruppe und das gefällt mir gar nicht. Okay, dann gehen wir weiter. Ach, ich hab das Gewehr jetzt. Okay. Ähm. Viel haben wir nicht mehr zum Erforschen. Erkunden. Mein ich. Ah, hier sind gefangen. Sprechen. Pulverbandit. Oh, das ist ein Böse eigentlich. Dieser Mensch ist dem Tod nahe. Das Losmachen vom Kreuz würde unweiglich zum Tode führen. Kann ich Ihnen losmachen? Nein. Sprechen. Ich möchte mit ihm sprechen. Probieren wir es einfach mal. Naja, scheint nicht zu gehen. Ich kann ihn nicht losmachen. Ja. Sprechen geht dann auch nicht, oder wie? Naja, ich kann ihn nicht. Oder ich hab... Vielleicht auch hier. Nein. Naja, kann ich nicht losmachen. Ähm. Ich war in dem Haus. Ich war hier. Ja, dann geht's hier noch nach links. Ich bin immer noch so schnell. Oh. der wissenschaftliche Leiter des Verletzs hat sich ganz der Lösung des Problems verletzt. Haus in Nippen. Lecker essen. Frischer Mais. Ähm. Honig. Mesk. Wie. Quittenschote. Okay. 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 Ich hab noch ein bisschen Blut. Fennseer. Schrank. Nein, das ist mir zu billig. Spielzeugauto. Ähm. Schrauber. Werkzeugkasten. Wunderkleber. Elektroshot. Mist, ich wollte kein Elektroshot mitnehmen. Terpentin. Ist alles zu schwer eigentlich. Genau jetzt, wo ich am Akkunden wäre. Ist das hier alles zu schwer? Auch keine Fallen. Ich bin jetzt vorsichtiger. Kartoffelchips. Kühlschrank. Wodka. Gekko Steak. Ich hab mal die ganze Früchte mit und ess die jetzt auch gleich. Ähm.